Liebe Geschwister, ich wollte euch mal eine andere Art von Moschee zeigen, nämlich eine Moschee, die offen ist, die kein Dach hat, die ist hier in einem Park, das seht ihr, erkennt ihr einen Unterschied zwischen dem grünen Bereich, da darf man nur mit Socken oder Barfuß drauf und hier ist der Voodoo Platz und hier seht ihr den Bruder am Beten, hier ist der Bruder Abba Hamza, Geschwister sprechen ständig in Katha an, die wollen ein Foto oder haben Fragen zum Islam, das ist ein riesen islamischer Freizeit, Park, ein ganz normaler Familienpark, auch nur Geschwister mit Niqab, die Frauen haben hier einen eigenen Gebetsraum, das ist da hinten, auch die Moschee ist auch offen, Alhamdulillah, es ist hier wunderschön, aber Hamza, wie findest du, dass die Moschee so offen ist, dass es kein Dach hat und man kann hier beten? Ja, Alhamdulillah, das ist von den Niqab, die wir hier sehen im islamischen Land halt, dass man hier überall beten kann, ja, es ist ja meistens regnet es ja nicht und wenn es regnet, wird es als Gnade von Allah gesehen und Alhamdulillah, das ist etwas, was die Leute auch motiviert, was die Leute auch motiviert zu beten und man hat gerade ja gesehen, ja, wie viele Leute hier waren, aus allen möglichen Ländern, aus Ägypten, aus Algerien, haben wir bis in den arabischen Ländern extrem bekannt, merke ich, also das ist ja schon grenzt ja an Unnormalität Ja, ich hab, ich hab dir das ja schon mal gesagt, Bruder, ich hab dir ja gesagt, wenn du mir nach Mekka gehen würdest, das würdest du, würdest du nicht aushalten, ja, weil ich hab, Alhamdulillah, Ja, ich hab manchmal echt, äh, ich geh in die Moschee und verstecke mich, weil, weil ich sonst eine halbe Stunde brauche wieder, hast du ja gerade gesehen, ich hab einmal hier gebetet und, äh, dann brauche ich meistens eine halbe Stunde, um wieder wegzukommen, ja, der leidet drunter bin ich immer, der immer warten muss, Amin, Amin, das ist das Wichtigste, Bruder, Mashallah, schöner Park, wirklich, würdest du den Geschwistern empfehlen, hier herzuziehen, nach Dua, nach Katar? Äh, äh, es ist definitiv besser als Deutschland, ich sage immer, jedes Land hat seine Vor- und Nachteile, Doha, die Vorteile von, von, von Katar sind, dass es sehr sicher ist, dass die Leute sehr friedlich sind, äh, sehr, ähm, nett und freundlich, wirklich auch die Einheimischen, es ist immer schönes Wetter, es gibt, äh, gute Schulen, Nachteil ist, dass etwas teuer ist, und meiner Meinung nach wird man sehr, sehr stark dazu eingeladen, sich auf die Dunjak zu konzentrieren, ja, weil man überall mit allen möglichen Angelegenheiten der Zeitverschwendung des Spielens und so zu tun hat. Deutschland genauso, oder muss ich ehrlich sagen? Äh, 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 es ist... Deutschland hat man nur nicht die Mittel dazu, beziehungsweise... Nö, man hat die auch nicht unbedingt für alles die Mittel, aber ich rede ja auch nicht davon, dass es das in Deutschland nicht gibt. Mhm. Aber ich rede im Vergleich zu anderen islamischen Ländern. Wenn wir zum Beispiel ärmere islamische Länder sehen, dann sehen wir zum Beispiel, dass man das dort nicht hat. Und es ist oft so, dass, äh, Länder, die... Es muss natürlich nicht absolut arm sein, Länder, die etwas ärmer sind, dass das eher dazu einlädt, sich wirklich auf die Religion zu konzentrieren, ja. Deswegen, aber ich könnte es jedem empfehlen, ich empfehle es sowieso jedem in ein islamisches Land auszuwandern. Denn es ist im Allgemeinen bekannt unter den Gelehrten des Islams, dass, ähm, dass der Aufenthalt im Haus des Kuffers eine Sache ist, die nur unter Bedingungen erlaubt ist. Die erste Bedingung ist, dass man genug Iman hat, um den Gelüsten zu widerstehen, die auf einen zukommen. Die zweite Sache ist, dass man genug Wissen hat, um den Scheinargumenten, die auf einen treffen, zu widerstehen, dass man darauf antworten kann. Und die dritte Bedingung ist, dass man muhtash ist, dass man eine Notwendigkeit hat. Das ist das, was eigentlich die Bedingung ist, um überhaupt in ein Land reisen zu dürfen. Denn der Muslim sollte sich unter Muslimen aufhalten. Denn der Islam ist eine Religion der Gemeinschaft. Deswegen sagen wir zum Beispiel 17 Mal am Tag, dir alleine dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe. Du sagst nicht, Das würde heißen, dir alleine diene ich und dich alleine bitte ich um Hilfe. Sondern du sagst, Die alleine dienen wir. Warum? Weil wir eine Religion der Gemeinschaft sind. Der Prophet a.s.w. sagte, Das Schaf, das von der Herde weg geht, wird vom Wolf gefressen. Diese ganzen Sachen mit dem Adhan draußen hören, mit den Möglichkeiten hier. Es ist etwas, was einen dazu führt, die Religion richtig zu praktizieren. Und deswegen, wie gesagt, im Allgemeinen, außer unter bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Lagen, in bestimmten Situationen, sollte man in einem islamischen Land leben. Beziehungsweise in einem Land leben, wo die Schaar und Islam, wie zum Beispiel Adhan etc. deutlich sichtbar und praktiziert werden. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, dass wir es in Deutschland schaffen, in der Zukunft, dass der Adhan auch auf der Straße zu hören ist. Dass es an jeder Ecke Moscheen gibt, wo man beten kann. Oder zumindest Musallah gibt, wo man beten kann. Dass es islamische Kindergärten gibt. Dass es islamische Schulen gibt. Denn man muss leider sagen, dass die Verbände vielleicht, was das Bauen von Moscheen angeht, gute Arbeit geleistet haben. Was Firmen der Djanasa, wo man natürlich auch Geld mitverdienen kann, zu Gründen war, dass sie gute Arbeit geleistet haben. Aber was die islamische Erziehung angeht, was die Dauer angeht, der Aufruf der Jugend, komplett auf ganzer Linie versagt haben. Es ist ein Armutszeugnis, dass wir in einem Land, das so liberal ist wie Deutschland, es in 40 bzw. 50 Jahren nicht geschafft haben, flächendeckend Kindergärten zu gründen. Flächendeckend Schulen zu gründen. Und vor dem 11. September wäre das noch leichter gewesen. In Holland gibt es über 50 islamische Schulen. In England gibt es über 150 islamische Schulen. Es gibt in England Zentren, wo Kinder Koran auswendig lernen. Und das ist ein ganzes Wettbewerb. Vielen Dank, Frau. Für die Nasi-Jeder war noch zwei Geschwister. Rizzakallahu khairan.